Hat man keinen Namen, macht man sich einen Namen. Bis man sich einen Namen zu machen, bedingt man sich einfach anderen Namen. So auch hier, iPhone und die Telefon. Was wir auf Facebook als Lernverfolge haben, mit einem Samsung S3, 179 Euro. Auf den ersten Blick sieht es irgendwie sehr nach der Messe da halt aus, der Messe da halt hier in 20 Minuten auftritt. Schauen wir mal ein bisschen genauer. Ja, kommen wir weiter. So, 12. Und so weiter. Und wobei es so aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es so ein der heiße Brat ist. Schauen wir noch ein bisschen weiter. Im Pressung steht am Plötz von Großhandel B2B Gewerbe und Kauf.de. Und da ist es interessant, wie der Rästel ist. Und die Kauf ist schon lange hoch. Hier geschickt es. Wie passt das zu sein? Wie ist es noch gegangen? Der Rästel hat trotzdem wieder draufgekommen über die Behandlung bei Facebook. Dann musst du sie fragen, ob es die Facebook-Werbung in den falschen Schaltflüssen ist. Ich denke, ich habe ein kurzer Info und was steht da hinter mir. Dass der Rästel daran aufgeht und nicht der Rästel hat dahinter ist. In der Mutter. Interessant. Eins troben. いつ hat eine Rästel. In der Mutter. Ich finde die Behandlung in den falschen Schaltflüssen.